Moment mal ganz kurz. So. Ah ja, auf dem Steuerkreuz, hätte ich mir noch denken können. Passt. Und auf der rechten Seite sehen wir immer, dass wenn wir die benutzen, dass halt dieser Strich dann zurück geht. Das heißt, wenn ich das zweimal benutze ungefähr, dann muss die Waffe sich wieder aufladen. Okay, einmal runter. Wir haben eigentlich ziemlich viel schon beseitigt. Oder also ein Gegner ist auf jeden Fall tot. Zweiten bin ich mir überhaupt nicht sicher. Aber ja, ich glaube auch halt, wie gesagt, wir müssen gar nicht gegen die kämpfen. Also wir können uns auch einfach durchschleichen. Aber bitte nicht nochmal. So, hier können wir nochmal ein Leben auftanken, was gut ist, weil wir haben nur noch zwei. Das heißt, jetzt kriegen wir auf jeden Fall insgesamt sechs. Oder? Gut, ist ja auch irgendwo eine Aufladestation für Munition. Das wäre super. Äh, nö. Das muss ich jetzt nicht haben. Ach Gott, jetzt drehen sie auch noch vier Teile. Na, ganz großes Kino. So, das muss so sein. Wenn sich das da oben dreht, kann ich nicht einfach eins unterbrechen. Also wie auch immer ich das jetzt geschafft habe. Da brauche ich auf jeden Fall nicht kürzen, das lasse ich drin. Sieht gut aus. So, da ist jetzt der dritte Teil für den Mechanismus. Ich frage mich nur, wie ich jetzt hier dann vorbeikommen soll, ohne dass ich jetzt... Das kann nicht funktionieren. Ich meine, ich habe jetzt gerade nachgeladen. Lauf, 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 lauf. Lauf. Ja, 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 ja. Ich komme da gar nicht vorbei. Ich meine, ich komme schon vorbei, aber da muss ich halt was probieren. Ha. Ich möchte wenigstens wissen, was hier ist. Eine Sackgasse. Na, hat sich ja voll gelohnt. Gut. Dann wieder zurück zum Fahrstuhl. Und... Drittes Teil einsetzen. Hat es mich gesehen? Ich hoffe, es hat mich nicht gesehen, weil es mich nicht gesehen hat. Brauche ich nur warten, bis es... Wie ein kleines Hähnchen. Die können jetzt nicht beide herkommen, oder? Läuft jetzt einfach links vorbei. Ne, eben nicht. Du glaubst doch nicht echt, dass ich dir jetzt die Möglichkeit gebe, auf mich zu schießen, oder? Lauf, 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 lauf. So, der Fahrstuhl ist natürlich jetzt genau in dem Moment da. Aber den verpasse ich jetzt. Okay, sehr gut. Jetzt weiß ich wenigstens schon mal, ob ich mir die abverwechselt. So, hier muss ich nicht hin. Doch, da muss ich hin. Blödsinn. Ich muss auf die andere Seite. Dann wieder einmal im Kreis laufen. Ne, mal richtig hinsetzen hier. Und... Dann den dritten Schalter rein. Das macht da die linke Seite weg, oder? Ne, ganz unten sogar. Ich brauche unbedingt Munition. Einfach nur, weil ich mich da mit besser fühle. Weil das, was ich jetzt hier habe, ist... Sinnlos. Das ist ja komische Presslufthammer, oder was auch immer das hier sein soll. Das ist halt einfach... Ja, auf die... Auf die Gegner, wenn sie dann nah dran sind, schon okay. Aber ich weh ja nicht, dass sie so nah an mich rankommen. Vor allen Dingen, weil sie dann immer mit irgendwas auf mich spucken, oder... Säure irgendwie auf mich schießen, oder sonstige Scherze. Das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. So. Welche Seite jetzt? Geh erstmal hier lang. Da kann man nichts mit machen. Sag mal, ich war doch schon mal hier, oder? Kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor. Ja. Die Frage ist nur, ob ich auf der anderen Seite schon... Der anderen Seite schon war. Ich geh jetzt einfach mal auf der anderen Seite raus und guck mal, was da ist. Und wenn ich da nichts finden sollte... Achso, es ist einfach nur die andere Seite. Ich glaube, da war ich noch nicht. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ba 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 ba... La los. Wir durch. Kann ja auch nicht gewesen sein, oder? Ja gut, soviel zu dem Thema. Geht's auch nicht weiter, weil... Die... Die Gondel hab ich jetzt weggebracht. Ich weiß aber, dass hier irgendwo doch ein Schalter war, um... Ach Gott. Wo war denn das jetzt wieder? Wie gesagt, es ist echt einfach ein Nachteil, wenn man nicht so oft zum Aufnehmen kommt. Dann immer wieder mal unterbrechen muss und dann... Versucht man sich zu erinnern, wo war denn das ganze Zeug jetzt, was man machen muss. Für euch sieht's natürlich dann... Für euch sieht's dann natürlich so aus, als würde ich die ganze Zeit planlos durch die Gegend rennen. Von wegen, da war er doch gerade erst. Kann aber sein, dass es für mich dann schon ein Tag her ist oder zwei Tage. Und... Ja. So. Da war auf jeden Fall nix. Hier ist ein Mechanismus. Und da war auch einer. Probier das nochmal ganz kurz aus. Gut. Da ist nix. Ich kann ja auch die... Richtung vorgeben, oder? Okay, das macht keinen Sinn. Er hat nichts zum Greifen. Was ist hier los? Oh. Oh, 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 okay. Das wusste ich nicht. Das hab ich jetzt nicht gewusst, dass man das irgendwie holen kann. Ach Gott, das ist so ein mehrstöckiges Puzzle. Auch der schmerzt noch. Oh Mann. Ja, 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 dann ist jetzt, äh, ist es ganz vorbei. Das heißt, es geht jetzt über mehrere Etagen. Guck mal, was passiert, wenn ich das jetzt hier mache. Okay, da passiert gar nix. Das war das Teil. Ich mein, ich hab jetzt ein anderes Stockwerk. Ich weiß nicht, ich kann doch sicherlich irgendwie irgendwas machen. Ich meine, es gibt noch genug Wege, die man nehmen kann. Probier kurz mal das hier aus. Ja, ganz toll. So, dann gehe ich nochmal hier kurz lang. Ich meine, da ist ein Licht, aber das ist auch, glaube ich, der Eingang. Ja, hier hab ich angefangen. Und ich muss irgendwas in dem Hauptraum lösen, wo ich, ähm, war das, wofür ich die zwei Punkte bekommen habe für die Türen, dass ich die öffnen kann. Aber ich muss irgendwas machen, was aus diesem Raum hier, glaube ich, rausgeht. Der Mal, das macht irgendwie, ich muss das nochmal untersetzen, glaube ich. Okay. So. Ihr habt doch nicht umsonst da hinten die Gondel geholt, oder? Und die muss ich doch jetzt irgendwie mit dem Mechanismus weiter transportieren. Hier geht nix mehr. So, da komme ich nicht mehr hoch, weil... Die jetzt sich da hin und her bewegt zwischen den Stockwerken. Aber was soll die denn jetzt greifen? Hier hab ich doch auch zu... Ah, warte mal, hier hatte ich was. Moment mal. Jetzt hab ich's, oder? Ja, 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 ja. Zack, raus damit. Dann umsetzen. So, und das fährt jetzt automatisch und muss ich da jetzt auch noch was für machen. Gott sei Dank. Ich wusste doch, da war doch ein Mechanismus noch in dem Raum, der auch ins Leere gegriffen hatte. Und dafür musste ich doch erst die ganze Gondel durch diesen... Durch diesen Fleischkram da durchziehen. Also durch diese Parasiten... Dafür nenne ich das diesen Auswuchs. So, und jetzt wo ich das da hingepackt habe, kann ich jetzt mit dem Greifarm... Äh, nee, das ist jetzt für das Stockwerk. Moment. Jetzt kann ich erstmal das hier wieder betätigen, damit ich den Kran überhaupt steuern kann. Und den bringe ich jetzt da rüber. Und greife damit jetzt... Genau. Und dann setze ich das Ganze rum. Pack das da hin. Nein, packe ich nicht. So. Dann... Das ist bewachsen, das geht nicht. Kann ich jetzt vielleicht das Stockwerk ändern? Aber jetzt haben wir da einen Greifarm. Der macht ja jetzt Sinn. Links würde er ins Leere gehen. Und auf der rechten Seite ist ein Greifarm. Das heißt, da kann man es vielleicht drüber erreichen, oder? Yes. Das ist sehr gut. Und der greift das und fährt automatisch jetzt... Und wohin? Nein. Der bleibt jetzt einfach da. So, die Frage ist jetzt... Kann ich da irgendwo einsteigen? Kann ich nicht mehr. Aber... Der kann jetzt das... Nach rechts fahren, oder? Ah, nein, 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 nein. Der fährt da hin. Und jetzt kann ich es benutzen. Geht da hinten das Tor auf. Stopp. 80 Punkte für 0,06. Hätte gerne 0,07. So, rein da. Ha. Sehr gut. Cool. Ja, ich musste beim letzten Mal direkt bei diesem Puzzle mit den drei Lichtern da unterbrechen. Also wo man diesen Hebel die ganze Zeit hin und her drehen musste. Da musste ich beim letzten Mal unterbrechen. Und... Ah, jetzt habe ich zu lange geredet. Ähm... Und habe dann jetzt wieder... Da angefangen. Und das zweite Puzzle, was ich so auf Anhieb gelöst habe, das ist jetzt in dem neuen Durchlauf, den ich hier gerade aufnehme. Nochmal Tür zu. Danke. Das ist jetzt auch wieder schon zwei Tage her. Jetzt hatte ich aber noch genug Material zum Hochladen. Aber jetzt brauche ich natürlich Nachschub, weil ich versuche jetzt für Scorn natürlich einen täglichen Upload zu gewährleisten. Damit das hier möglichst nicht zu viele Pausen zwischendrin hat. So. Ja. Gibt aber auch... Also dieses Ding, was an uns dran hängt, macht uns echt fertig, ne? Warum ist das so aggressiv? Wie viele denn schon wieder leben? Ich meine, jetzt nicht tragisch viel, also... Aha. Munition, oder? Uh, und auch viel mehr Munition, glaube ich. Ne, ist der gleiche... Der gleiche Schwung an Munition. So. Lachen wir gleich mal nach. Brauch aber auch lange zum Nachladen. So, möchte ich da lang? Ne, komme ich sowieso nicht lang. Und ich höre irgendwelche Dinge, was aber in dieser Welt natürlich nicht schwer ist. Was seid ihr denn? Die haben wir jetzt ja öfter gesehen. Diese Flugteile. Ich gehe mal davon aus, das ist so eine Mutation von diesen komischen Parasiten hier, oder was auch immer das sein soll. Also das, was an uns dran hängt, nenne ich jetzt einfach mal ganz klar Parasit, weil der versucht uns hier irgendwie entweder zu übernehmen, oder was auch immer, er schadet uns auf jeden Fall. Also es ist nicht gut, dass er, oh, ich stimme gleich ein bisschen höher, dass er an uns dran hängt, weil der gräbt sich irgendwie gefühlt direkt an uns ein. Also der versucht uns, ja, zu übernehmen. Ich meine, ich finde es ja nett von ihm, dass er noch da die Heilstation und die Munition irgendwie festhält für uns. Trotzdem ein bisschen arg. Also ich würde ihn gerne loswerden. Ich muss ihn jetzt nicht an uns dran haben.